Vorsicht, Trala, du hast den Deckel hinter mir. Mambi, es warme. Geh mal mit Mambi rein, los. Es qualmt. Geh weg. Es qualmt doch nicht. Jawohl, es brennt wohl. Es qualmt. Es stinkt auch wie Otter. Ein Stück weiter nach hinten. Dann passiert eigentlich nichts, ne? Weiß ich nicht. Wie fühlen wir das? Das war es gewesen, wie es aussieht. Okay, mehr wird nicht passieren.